Musik Die Komposition hat für mich mindestens zwei einzigartige Momente. Das eine ist natürlich die Sprache, alt-asyrisch, direkt aus Keilschrifttexten, übersetzt von Professor Maul, dann von ihm quasi vorgesprochen, phonetisch richtig artikuliert. Das ist eine Chance ohne Ende. Die habe ich natürlich sofort ergriffen, da was ganz Neues zu machen. Musik Die Proben für die Uraufführung zu Abubu sind für uns eine komplett neue Erfahrung. Weil für viele Stücke oder für alle Stücke, die wir bisher gemacht haben, gab es meistens eine Aufnahme, man konnte sich darauf vorbereiten. Und jetzt müssen wir das komplette Stück von vorne ganz neu erarbeiten, sodass wir einfach überhaupt noch nicht wissen, wie dieses Werk überhaupt mal wird. Ja und auch einfach die Tatsache, dass der Komponist selber im Raum ist und bei der Probe dabei ist, das ist so eine spannende und neue Erfahrung. Plötzlich kann man nachfragen, wie ist das gedacht oder man kriegt Tipps. Musik verkündet immer ein Jetzt. Wenn der Klang jetzt da ist, dann ist die Musik jetzt. Ich vergegenwärtige immer die Zeit. Und eigentlich versuche ich beim Zuhörer eine Stimmung zu erfassen, als sei er jetzt dabei gewesen. Nicht es war einmal, sondern sehr dramatisch ist jetzt und das funktioniert eigentlich auch sehr, sehr gut. Man wird reingezogen in einen Sog, man erlebt den Sturm, als wäre er jetzt, man erlebt die ganzen Spannungen, als wären sie jetzt. Und wir fühlen uns alle sehr stolz, weil sozusagen Musikhistorisch das wirklich eines der ersten Stücke ist, wo altasyrisch, babylonisch in den symphonischen Bereich Einzug hält. Für mich ist das was total Besonderes. Jedes Mal, wenn wir proben, fühle ich mich ein bisschen an Carmina Burana erinnert und da gibt es auch total viele so rhythmische Elemente und ist einfach nur ein Stück, wo man als Person total mitgehen muss. Und nicht nur einfach singt, sondern mit dem ganzen Körper dabei ist und das finde ich richtig cool. Und das ist einfach nur ein Stück, wo man als Person total mitgehen muss. Und das ist einfach nur ein Stück, wo man als Person total mitgehen muss. Ich habe alles, was sich bewährt hat in den letzten 20, 30 Jahren an Modernität und ins Spiel gebracht, also der Chor muss auch zischeln und säuseln. Die Sprache ist sehr weit gefasst und in den Instrumenten gibt es auch, vor allem für ein klassisch erzogenes Orchester, sehr viele Effekte, die Spaß machen, wenn die jetzt hier zusammenkommen. Ich habe alles, was ich gemacht habe.